Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Samstag, der 5.10.2019 um 10.52 Uhr. Während ich gerade sage, dass der 5.10.2019 ist, denke ich daran, dass mein Vater heute Geburtstag hätte am 5. Oktober. Leider schon vor Jahren verstorben, von daher über das Jahr hinweg denke ich nicht viel an ihn, aber wenn es dann zu seinem Geburtstag kommt, dann schon ein bisschen. Ja, es ist Samstag, es ist Wochenende, mir war irgendwie wie Sonntag, als ich heute wach geworden bin, weil ich irgendwie ja einen Tag extra frei hatte und eigentlich wäre ja schon gestern Samstag gewesen und heute Sonntag, aber da ich Freitag frei hatte, ist heute erst Samstag und morgen Sonntag. Voll cool, oder? Ja, Haare, ich muss wieder an den Haaren rumfingern. Ja, gestern war ein schöner Tag, war frei, ich habe ausgeschlafen, ich habe ein bisschen gestreamt, gespielt, eingekauft, Wäsche gewaschen, aufgeräumt, gekocht, Essen gekocht, Kürbissuppe Nummer 2 dieses Jahr und dann Tofu gebraten und mit Uncle Ben's Reis und Uncle Ben's Soßenzeug zusammengeschmissen und gegessen. Wir haben gestern zwei Filme geguckt, eine mit so einem im Labor gezüchteten menschlichen, menschenähnlichen Wesen, war nicht Junge, war nicht Mädchen, aber war Killer, glaube ich. Und der zweite Film war ein Stephen King Buchverfilmungsfilm mit Gras und so, aber nicht rauchen, sondern hohes Gras fällt, reinlaufen und dann seltsame Dinge, die geschehen. Ja, und wir haben gestern festgestellt, dass ich ja Benjamins Geburtstagsgeschenk gar nicht in die Kamera gehalten habe, scheinbar nur im Stream und nicht in meinem täglichen Vlog. Und deswegen werde ich das jetzt genau eine Woche nach meinem 41. Geburtstag, werde ich das nachholen. Danke auch nochmal an Benni, dass der heute früh streamt, so kann ich ein bisschen, oder konnte ich ein bisschen ausschlafen. Und da Benni irgendwann eh gegen 14 Uhr, glaube ich, los muss, der Glückliche hat jetzt wieder zwei Tage Spätschicht, war es ja eigentlich nur logisch, dass er früh streamt und ich dann mich am Nachmittag damit anschließe. Aber jetzt erstmal zu den Geschenken. Wir fangen mal mit Jermains Geschenken an. Jermaine hat mir Lego geschenkt und er hat mit einem kleinen Lego-Teil angefangen, oder einem kleinen Lego-Bauset, damit ich mich mit meiner, ja, wie soll man sagen, mit meinen besonderen Fähigkeiten, also langsam rantasten kann, einen TIE Fighter zusammengebaut in vier Minuten oder so. Also, naja, habe ich nicht lange für gebraucht, ich bin halt zu intelligent für sowas. Vielen lieben Dank für den Lego-Teil Fighter, den stelle ich, glaube ich, mit da hinten zum Fuchs und zum Tarnis und zum Reh. Mal gucken. Dann hat er mich versucht anzufixen mit Fortnite Trading Cards von 2019. Ich habe da auch schon reingeguckt. Ich gucke mal im Internet, ob da irgendwas von Wert dabei ist, was man vielleicht verscherbeln könnte. Aber ich will es eigentlich nicht anfangen, jetzt auch noch zu sammeln. Das ist voll fies, Jermaine. Das ist richtig fies. Ich war mal richtig Trading Card süchtig. Einmal Magic und dann WoW-Karten. Und ich bin davon runter von dem Zeug. Und du kommst um die Ecke und dealst mich damit an. Nun ja, vielen lieben Dank auch dafür. Dann habe ich ein Büchlein geschenkt bekommen, den kleinen Glückskompass, habe ich schon mal ein bisschen so rumgeblättert. Und es ist sehr süß. Und ich werde es, glaube ich, für Streams in den Pausen verwenden, um dann da mal daraus vorzulesen. Der kleine Glückskompass Christine Rechel hat den wohl entworfen und designt. Wo liegt das Glück? Glück vor allen Dingen, im Norden oder im Süden? Das Glück liegt überall. Also, vielen lieben Dank für dieses kleine Büchlein. Und, weil ja ein Geschenk nicht genug ist, gab es noch eine Fortnite Funko Pop Cat. Ein Lutlama, wie ich ablesen muss. Fortnite 510. Gibt es 510 Fortnite-Figuren oder 510 Funko Pop-Figuren? Und das ist dann Nummer 510. Also, wie gesagt, ein witziges kleines Lutlama. Habe ich ja auch als Spitzhacke. Und werde ich mir auch, ja, mal gucken, wo ich mir das hinstelle. Um mich herum ist viel Fläche. Hinter mir ist halt Bett. Das ist immer blöd, das da alles aufzupositionieren. So, dann kommen wir mal zu Bennys Geschenk. Benny hat mir ein Kochbuch geschenkt. Er meinte, damit du dich nicht nur von Kürbissuppe ernähren musst, schenke ich dir ein Kochbuch. Und das ist ein Fallout-Kochbuch geworden. Das offizielle Kochbuch für Fallout. WarDweller's Official Cookbook. Und da gibt es so Sachen wie Mushroom Clouds und Blanco Mac & Cheese. Also alles so Sachen, die man so aus dem Spiel kennt. Und ich sage hierfür vielen lieben Dank, Herr Benjamin, für dieses wunderschöne Kochbuch. Und ich glaube, wir werden demnächst auch mal einen Kochstream dazu machen, dass ich da, ja, mich mal in die Küche stelle und mir ein Rezept drauf suche und das dann koche. Aber dafür muss ich erst mal das Küchen-Setup fertig kriegen. Ich muss mal nochmal gucken, wegen meiner GoPro mit USB müsste die ja eigentlich direkt an meinen Rechner anschließbar sein. Und dann mit meinem 10 Meter Verlängerungskabel, was ich da habe, müsste es eigentlich möglich sein, das zu streamen. Also das als Eingang hierhin auf den Rechner zu schieben und dann von hier aus zu streamen, ohne den Rechner wieder umbauen zu müssen und so ein Kram. Gucken wir mal. Ansonsten müssen wir uns vielleicht eine GoPro 8 oder 7 organisieren. Und die hat ja irgendwie eine Streaming-Funktion inklusive, ja. Kicken wir mal. Also wie gesagt, vielen lieben Dank für das Kochbuch und ich bin mal gespannt, was ich daraus kochen kann. Yucca-Cola wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber zum Beispiel hier so einen leckeren Käse-Pudding, Käse-Pudding, vor allem Vanillepudding oder hier ein Stück Fleisch. Das sollte ich noch hinkriegen. Ja, und dann hatten ja Muschel und Sparrow mir ein Geschenk-Paket geschickt per DHL. Irgendwie ist es nicht angekommen, weil der Empfänger am Adressschild, am Hausschild angeblich nicht da ist, aber ich bin dran. Ich bin sogar so dran, dass ich drunter bin. Es gibt ein paar Nachbarn, die haben nur so Aufklebnamen da drauf und die lösen sich dann gerne mal ab und fallen runter, aber meiner ist noch aus Zeiten, ich wohne ja hier schon Ewigkeiten, da wurde das abgeschraubt, die Plastikverkleidung, dann wurde der Name hinter mit einem Label gemacht und dann wieder dran. Das heißt, ich bin einer der, na, ich glaube schon einer der längsten Mieter hier in dem Haus. Es gibt welche, die leben hier schon 20 Jahre, aber ich bin ja jetzt mittlerweile fast bei 10. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 9 Jahren. Naja, jedenfalls mussten sie dann wohl oder übel das Paket wieder zurücknehmen, weil es irgendwie nicht zugestellt werden konnte und sie haben es mir dann am Donnerstag, als wir zusammen frühstücken waren, mitgebracht. Und in diesem Paket war eingepackt in wunderschönem Geschenkpapier, richtig schön nerdig verspieltes Geschenkpapier mit Aliens und Kuchen, ja, das hebe ich auch auf, das wird gebügelt und kommt in den Schrank und das kann ich dann irgendwann wieder verwenden, war eine süße kleine Geschenk-Geburtstagskarte von der Grafikwerkstatt Quadratart, nee, Quadrat, ach, Quadra-Art. Ich werde jetzt nicht vorlesen, was da drin steht, das fängt an mit Bussi auf Bauchi, den Rest behalte ich dann doch für mich. Dann gab es für meine Weihnachtsbaum, ich muss dieses Jahr einen Weihnachtsbaum anschaffen oder hinstellen, was aber gar nicht mal so schlimm ist, weil ich kriege ja Besuch dieses Jahr, dieses Jahr feiern wir Weihnachten wieder bei mir und da ist das mit dem Weihnachtsbaum gar nicht so weit her und ich habe Fallout-Weihnachtsbaum-Anhänger bekommen. Das sind sechs Stück, verschiedenste Fallout-Bobble-Hats und die kann ich dann an den Weihnachtsbaum hängen. Wie cool ist das denn bitte? Einmal Schraubenschlüssel, Laserpistole, Caps, Science, ja, schwere Waffen und schwere Nahkampf- und schwere Fernkampfwaffen. Mal gucken, was die Mutter dazu sagt, ob die das überhaupt merkt oder ob die das gar nicht so sieht. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ich werde davon berichten. Und, wie gesagt, weil der Eingeschenk nicht genug ist, gab es eine weitere Funko-Pop-Figur, diesmal die Nummer 483, einen Vault-Dweller und der aufmerksame Zuschauer dieses Vlogs wird sehen, dass dieser Vault-Dweller stark pigmentiert ist. Man hat mir also einen schwarzen Vault-Dweller geschenkt oder zumindestens, was ist das, vielleicht Kaffee mit ein bisschen Milch, weil ich doch in Videospielen immer, ja, wenn möglich, schwarze Charaktere spiele. Das ist halt so eine Angewohnheit von mir, keine Ahnung, ist witzig. Ist mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen, das ist ganz witzig. Ich habe den bekommen, dachte ich mir, oh, geil, Vault-Boy. Und dann sagt sie, ja, guck mal, guck mal, der ist voll braun. Und ich so, ach, stimmt, ja. Ja, und hier hinten gibt es noch ein paar mehr. Mal gucken, ob man damit vielleicht anfängt zu sammeln. Aber nein, wir hatten das Thema Sammelsucht ja schon. Ich möchte nicht wieder anfangen, Dinge zu sammeln, die sich dann so stapeln. Ich habe immer noch Magic-Karten und WoW-Karten hier irgendwo rumliegen. Hört bloß auf. Ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank für die vielen tollen Geschenke an Jermaine, an Nismudel, an Sparrow und an den Jakuki oder auch Benjamin. Many things. Und ich bin jetzt erstmal raus. Ich werde jetzt nochmal kurz ein bisschen für Action sorgen in Bennys Stream. Ein paar Sachen in den Chat schreiben. Dann werde ich mal kurz einkaufen gehen. Und dann werde ich, glaube ich, zusammen mit dem Max Oka und dem Sohne oder mit mir alleine, wir schauen mal ein bisschen Fallout, nee, nicht Fallout, äh, Fortnite spielen. Ja. Weil Max ist heute irgendwie auf dem Geburtstag und er kann nur bis 15 Uhr. Und dann müssen wir mal kicken, wie wir das hinkriegen. Wie wir das gemanagt kriegen. Also. Bis dann. Habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bestimmt später in dem Stream, wobei ich noch nicht ganz genau weiß wann, aber so Richtung 14, 15 Uhr irgendwas in dem Dreh. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim nächsten täglichen Vlog. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.